Ich freue mich auch vor allen Dingen am Tag 2 nach dem Mittagessen. Keine Sorge, ich habe keine Auflockerungsübungen oder sowas vorbereitet. Wir dürfen alle sitzen bleiben. Die Idee zu dem Vortrag, die ist ein bisschen entstanden aufgrund der Cloud-Fragestellung, mit der ja bestimmt viele sich irgendwie beschäftigen. Nach dem Motto, gehe ich jetzt in die Cloud, gehe ich nicht in die Cloud, bleibe ich on-prem, was ist denn billiger, was ist besser, was ist cooler, hipper und so weiter und so fort. Ich habe mir gedacht, ich würde gerne über einen Use Case reden, den man nicht so einfach in die Cloud verlagern kann. Und aus meiner Sicht kann man bei, sage ich mal, allen Backend-Infrastrukturen, bei Servern, kann man immer darüber streiten, gehe ich jetzt in die Cloud, gehe ich nicht. Bei wirklichen Endpoints, also Geräten, die physisch an einem bestimmten Standort stehen müssen, zum Beispiel Kassensystem in einer Filiale, da kann ich die Kasse halt nicht mehr eben in die Cloud bringen. Wenn die in Frankfurt im Rechenzentrum läuft, kriege ich meine Kunden nicht dazu, dass sie dort hingehen und dort einkaufen. Das müssen die schon in meiner Filiale machen. Und deswegen wollte ich das einfach mal so ein bisschen darstellen, wie man sowas umsetzen könnte. Kurz zu mir. Timo Göbel ist mein Name, bin im Formen-Core-Team, mache relativ viel mit Ruby, habe aber eigentlich so einen Linux-Sys-Admin-Hintergrund, habe auch mal ein bisschen Netzwerk gemacht und Firewall und so weiter. Im Herzen bin ich aber dann doch der Linux-Mensch und mache so ein paar Formen, Provisionierungs-Dinge. Das macht mir Spaß. Die sind dann auf meinem GitHub-Account auch zu finden. Vorstellen möchte ich ein fiktives Projekt. Also das Projekt, was ich jetzt tatsächlich darstelle, gibt es so nicht. DM selber ist ein ziemlicher Windows-Shop. Also wer sich mal gefragt hat, auf so einer DM-Kasse, wo wird denn da meine Zahnpasta kassiert? Das passiert mit einem Embedded-Windows-System. Das funktioniert auch gut. Tatsächlich funktioniert. Natürlich kann man das Ganze auch mit Linux bauen. Ich glaube, das wird keinen Unterschied machen. Man muss vielleicht noch hier die eine oder andere Treiber-Fragestellung lösen. Im Endeffekt funktionieren da beide Welten ganz gut. Was ich jetzt einfach mal darstellen will, ist, wie man so etwas mit Linux machen könnte und vor allem, welche Tools man meiner Meinung nach dazu nutzen sollte und vor allem, wie man das Ganze verzahnt. Also am Ende von den 30 Minuten, die wir jetzt gemeinsam miteinander verbringen werden, gibt es, sage ich mal, keine fertige Lösung, aber es gibt so die Building Blocks und die Ideen, auf was man da aufpassen muss. Ja, gucken wir uns mal die Business Goals an. Wir wollen Linux auf diesen Kassen oder auf anderen Filialgeräten europaweit deployen. Und wir haben uns jetzt mal überlegt, 15.000 Geräte, dass es auch ein bisschen Spaß macht, dass auch keiner auf die Idee kommen kann, das von Hand zu tun. Und wir gehen mal davon aus, wir haben kein Budget, um irgendwelche Software-Lizenzen zu kaufen. Also es soll möglichst, sage ich mal, Open Source sein, es soll auch selbst gemacht sein, es soll selbst verstanden sein, aber möchte jetzt nicht irgendwie sich da alles einkaufen. Gehen wir davon aus, die Firma, die das Ganze machen will, nennt sich CyberDine Systems, hat 4.000 Filialen in Europa, verkauft Roboter und jeder dieser Filialen hat zwei bis acht Kassengeräte, die mit Linux provisioniert werden sollen und jede dieser Filialen hat eine Breitbandverbindung in das tolle Corporate Data Center. Könnte auch die Cloud sein. Genau, wie schon erwähnt, diese Kassen müssen physisch dort stehen, dort betrieben werden, die kann man jetzt nicht in irgendeine Cloud-Umgebung migrieren. Als technische Ziele wollen wir definieren, dass wir das nach Möglichkeit komplett automatisieren, dass wir alles testen, also so dieser Test-Driven-Ansatz und wie gesagt, das Ganze am besten mit Open Source-Tools. Ein paar Herausforderungen, dass es nicht ganz so langweilig wird. Wir gehen jetzt mal davon aus, wir können den DHCP-Server, der in diesen Filialen ist, nicht managen. Und das Netzwerk, diese eine Internetverbindung, ist jetzt nicht unbedingt die beste. Da können wir einfach davon ausgehen, es wird immer zu jedem Zeitpunkt ein paar Filialen geben, die einfach offline sind. Jetzt möchte ich ganz kurz so einen Abriss geben über die Tools und meine Idee ist, dass sich so nach und nach so ein Gesamtbild daraus entwickelt. Wenn Sachen unklar sind, wir können es gerne auch interaktiv gestalten, gerne einfach melden. Wir nutzen wie in Wunders Formen als Inventardatenbank. Formen ist unser System, dort wird erstmal jeder Host bekannt gemacht und registriert. Formen kann dann die komplette Betriebssystem-Installation von den Geräten managen, hat da so eine eigene Templating-Sprache, mit der man im Grunde genommen alles, was man irgendwie tun kann, umsetzen kann. Und Formen hat auch die Möglichkeit, dann sich in DNS zu integrieren und in Config-Management-Systeme. Wir werden in dem Use Case Puppet benutzen, warum erkläre ich dann gleich. Und Formen bietet dann auch die Möglichkeit, darzustellen, wie geht es denn meinen Systemen, wie funktionieren denn die ganzen Puppet-Runs. Gleichzeitig gibt es dann mit den neuen Versionen auch so eine Reporting-Engine. Das heißt, ich kann mir, sage ich mal, tolle Reports aus dem System rausholen. Wie viele Geräte habe ich denn? Wie geht es denen? In welchem Netz stehen die? Auch wieder mit Hilfe dieser Templating-Sprache. Wer das Ganze noch nicht gesehen hat, das ist ein Screenshot von meinem Testsystem. Im Grunde genommen hat man hier eine Liste an Systemen, kann die sich dann angucken, kann suchen nach irgendwelchen Facts, alle Systeme, die da und da stehen, alle, die so und so viele CPUs haben und so weiter. Also das ist, es bietet eigentlich schon ziemlich viel, was so eine CMDB eigentlich bieten sollte, ohne dass man jetzt ein Drittsystem hat, was man irgendwie noch managen muss, was man irgendwie wieder miteinander verbinden muss. Da steht alles drin. Und aufgrund dieser ganzen Integration mit den Facts von Puppet weiß man auch genau, wie sieht es denn wirklich auf dem System aus. Die Templates, die kann man direkt in Formen definieren. Das sieht dann ungefähr so aus. Man hat verschiedene Templates, welches es gibt, erkläre ich auch noch später und kann dort im Prinzip mit so einer Ruby-Syntax alles Mögliche machen. Es gibt zwei Modi. Es gibt einmal den Safe-Mode, da kann man nichts kaputt machen. Und es gibt den Nicht-Safe-Mode, den finde ich am coolsten. Da hat man keinerlei Einschränkungen, kann aber auch wirklich alles zerstören. Und was letztendlich diese Templates machen, sind dann verschiedene Schritte in dem Deployment-Prozess, die man damit steuern kann. Als Config-Management-System habe ich an der Stelle Puppet ausgewählt. Warum nicht Ansible? Der Grund ist, dass Puppet-Nativ- und Pull-Ansatz verfolgt. Bei Ansible muss ich ja immer aktiv auf die Systeme gehen und dort eine Änderung ausbringen. Das ist bei zehn Systemen sehr cool, weil ich keine Infrastruktur brauche. Das geht schnell. Aber bei den 15.000 Systemen in dem Szenario kriege ich da mega ein Problem. Weil ich weiß ja immer nie, sind die jetzt offline, sind die vielleicht online, habe ich irgendwie ein Netzwerkprobleme dorthin. und wenn einfach jedes System selber immer aktiv an der Zentrale nachfragt, gibt es denn irgendwelche Änderungen, gibt es welche Sachen, die ich umsetzen muss, dann habe ich das Ganze schön verteilt und komme eigentlich dahin, dass ich das nicht zentral pushen muss, sondern dass die Geräte sich das ziehen. Die nächste Komponente in dem ganzen Konstrukt wäre GitLab. GitLab finde ich mega cool, gerade als On-Prem-Lösung, als Corporate-Lösung, um Git-Repos zu verwalten oder den ganzen Code, alle Skripte, alles, was so anfällt. Und vor allen Dingen bin ich der Meinung, jeder abgebaute Jenkins ist ein guter Jenkins. Ich weiß nicht, wer schon mal so ein Jenkins betrieben hat. Am Anfang macht das vielleicht Spaß. Früher war das ja auch tip-top. Da gab es auch nichts anderes, kam aus der Java-Welt. Sobald man das Ding mal geupdatet hatte nach dem Jahr, war es kaputt. Und keiner wusste mehr, wie man es wieder heile kriegt. GitLab hat jetzt so eine neue Funktion, die nennt sich CI-Pipelines oder CI-Integration und hat auch wieder so ein bisschen ein verteilteres oder einen verteilteren Ansatz. GitLab selber bietet die Oberfläche und hat dann einen sogenannten GitLab-Runner, der quasi wie so ein Agent funktioniert. Und der kann mir dann beliebige Konfigurationen, die ich auch in dem Git-Repo mit definiere, ausführen. Gucken wir uns gleich auch noch mal genauer an. Vorteil ist, dieser Runner, den kann ich auf einem Host installieren, auf mehreren, im Kubernetes, in der Cloud, wie auch immer, geht alles. Das nächste Tool kommt tatsächlich nicht aus der Puppet-Welt, sondern aus dem Chef-Universum, nennt sich Test Kitchen. Das finde ich als Test-Tool für so komplette Integrationstests bisher am besten. Einfach von den Tools, die ich mir angeguckt hatte. Die Idee dort ist, ich will wirklich über so ein Filialsystem auch eine Aussage treffen können, geht es oder geht es nicht? Und geht alles, was ich da gemacht habe. Nicht auf so einer Module-Ebene, sondern wirklich auf einer ganz hohen Flugebene funktioniert dennoch alles. Und Test Kitchen kann da sogenannte Service-Back-Tests ausführen. Gucken wir uns auch noch mal genauer an. Und das Ganze in dem Docker-Container. Also ich mache in dem Fall das, was man eigentlich nicht machen sollte. Ich simuliere eine komplette VM in dem Container. Und innerhalb dieses Containers habe ich dann, sage ich mal, einen Endpunkt, in dem ich alle Tests auch ausführen kann. Das Ding ist ganz schnell da. Ich kann es kaputt machen. Wenn meine Tests nicht durchlaufen, kann ich schauen, warum nicht. Jeder hat quasi ganz einfach ein komplettes Kassensystem auf seinem Rechner, ohne dass er dedizierte Tests hat, wer braucht und so weiter und so fort. Jetzt wird es ein bisschen technisch. Dann sind wir aber auch, das ist quasi auch die letzte Komponente, die ich vorstellen möchte. Die nennt sich IPIXI. IPIXI ist eine Boot-Firmware, also wirklich relativ maschinennahes Stück Software, dass es quasi so einen Boot-Prozess erlaubt. Und das werden wir gleich benutzen in dem PIXI-Deployment, um da einfach mehr Kontrolle drüber zu haben, da wir ja quasi nicht den DHCP-Server beeinflussen können. So ein normales PIXI-Deployment funktioniert ja so, dass letztendlich Code per TFTP geladen wird und ausgeführt wird. Das ist eigentlich so eine Remote-Code-Execution. Und TFTP ist kein schönes Protokoll über große Weitverkehrsnetze und IPIXI erlaubt es einfach, das Ganze per HTTP zu tun. Jeder, der schon mal was mit Puppet gemacht hat, hat wahrscheinlich von einem Control-Repo schon mal gehört. Das ist auch nichts Neues, was da erfunden wurde. Die Idee ist einfach, einen Single-Point-of-Control zu haben. Also ich habe einen Repository, wo ich quasi diese komplette Umgebung drin beschreibe. Das kann ich sehr empfehlen. Natürlich kann man auch immer überlegen, dass es möglich sind, viele Repos aufzuteilen. Das macht dann wirklich so Tests oder um einen definierten Zustand zu haben, sehr schwierig. Deswegen ein Control-Repo. dort kommt rein aller Puppet-Code von uns, also jeder Selbstgeschriebene, die ganzen Test-Definitionen, um zu gucken, funktioniert das Ganze denn auch und macht es das, was es soll. Die komplette Konfiguration von der CI-Pipeline und Konfigationsdaten, genannt sich bei Puppet Hira. Was heißt denn jetzt Test-Driven? Was wir sehen, sind zwei Screenshots aus GitLab. Oben sehen wir quasi das Ergebnis, was wir haben wollen, nämlich so eine CI-Pipeline mit mehreren Schritten, wo wir zum Beispiel als erstes die Syntax-Checks durchführen von Puppet. Das ist ja zu empfehlen, das geht halt super schnell und wenn man da was falsch macht, geht auch die Pipeline direkt kaputt, ohne dass man lange drauf warten muss. Und je weiter quasi diese Pipeline fortschreitet, desto länger dauern quasi auch die ganzen Tests und desto länger muss man leider dann auch drauf warten. Die zweite Stufe wäre im Prinzip dann so Linting-Tests zu machen. Einmal Puppet-Lint ist dann, sagen wir, der Code-Stil auch schön. Das hat jetzt aber tatsächlich keinen künstlerischen Aspekt, sondern es geht darum, dass der Code möglichst einheitlich vom Stil ist und deswegen besser lesbar und wartbar ist. Dasselbe noch für Robocop, für zum Beispiel eigene Robi-Erweiterungen im Puppet-Code. Der nächste Schritt wäre dann tatsächlich so ein funktionaler Test mit den Server-Spec-Tests in dem Docker-Container, in dem Fall für Zendos 7. Wenn man irgendwann mal ein Betriebssystem-Update machen müsste, würde man einfach da parallel einen zweiten Testschritt mit Zendos 8 zum Beispiel anlegen und würde dann gleich mitkriegen, funktioniert es denn auf allen Versionen, das, was ich eigentlich vorhabe, mein ganzer Code. Der nächste Schritt wäre dann tatsächlich der Bauschritt, also wenn wir alles getestet haben, nehmen wir den Code, verpacken den und deployen den dann. Gucken wir uns nachher noch an und das Ganze kann ich im Prinzip definieren innerhalb von GitLab in einer Datei, wo ich quasi diese komplette Pipeline einfach in YAML runterdefinieren kann und sagen kann, welche Skripte aufgerufen werden sollen. Da gibt es zum Beispiel jetzt hier so ein Before-Skript, das wird vor allen Stages ausgeführt und dieser Puppet-Syntax-Step, da ist einfach nur definiert, dass der in dieser Syntax-Spalte quasi passieren soll und dass letztlich auch nur ein Shell-Skript aufgerufen wird. Das heißt, man kann es auch lokal bei sich nachvollziehen, wenn man da Sachen hat. Martin wird es, glaube ich, kennen. Das ist ein ähnliches Prinzip, wie ihr das auch empfehlt. Dieser Verify-Send-Ors-Sieben-Schritt, also der, der die Docker-Aktion macht, der ist ein bisschen komplexer. Was man an der Stelle einmal machen muss, ist, wenn man solche verschlüsselte Daten in seinem Control-Repo haben will, kann man das in GitLab hinterlegen, den Private Key, der wird dann hier ausgecheckt. GitLab hat dann noch so Probleme mit, sagen wir mal, Dateiendungen oder, nee, mit Line-Feeds, so heißt das Wort. Deswegen gucken wir einfach hier mal ganz kurz rein, steht da auch wirklich ein Key drin. Also mit diesem Head-N1 drucken wir uns nicht den ganzen Key, sondern wirklich nur die erste Zeile. Dann können wir hier so ein paar Abhängigkeiten installieren. Docker-Info ist auch ganz gut auszuführen. Wenn das mal schief geht, kann man schauen, in welcher Umgebung das eigentlich läuft. Und letztendlich führen wir dann als letzten Schritt, das, was bei Script steht, ist einfach ein Kitchen-Test aus. Und das ist sozusagen der Befehl, der die ganze Magie ins Rollen bringt und die Tests ausführt. Dieses, soll ich zu schnell, dieses minus d always ist einfach nur da, dass das Ganze immer aufgeräumt werden soll, auch wenn der Test fehlschlägt, den Docker-Container, den er erstellt. Wenn man das lokal bei sich ausführt, wird man das natürlich weglassen. Wenn Tests fehlschlagen, kann man dann nämlich in diesen Docker-Container reinspringen und genau analysieren, was los ist. Hat die komplette Umgebung gleich da. Diese Tests, von denen ich spreche, die sind an sich relativ einfach zu definieren. Man kann die in verschiedene Dateien aufteilen, dass man das Ganze ein bisschen übersichtlich hat. Das ist jetzt einfach so eine Datei, die prüft, ob Vim-Enhanced und Tree installiert sind. Das ist natürlich, sage ich mal, die Schöpfungshöhe nicht ganz so hoch von diesen Tests. Es wird aber auch nicht arg viel komplizierter. Also ich kann an der Stelle, ich kann Commands ausführen, beliebige. Es gibt viele eingebaute Sachen zu prüfen, ist ein Paket da, ist ein Paket installiert, laufen irgendwelche Dienste, sind Ports offen. Also einfach so Sachen, die man quasi prüfen kann, geht es denn überhaupt? Was ich auch mal ganz schön finde, ist wirklich zu schauen, starten die Pakete an der Stelle auch, also die Dienste. Da kriegt man mich relativ schnell mit, wenn man Config-Fehler irgendwo hat. Was weiß ich, man möchte eine Patchy konfigurieren, die Konfiguration ist kaputt, dann fährt der auch nicht mehr hoch. Also so als Smoke-Tests wirklich cool. Und wenn die Tests dann letztendlich durchlaufen, sieht das Ganze einfach so aus. Er sagt, should be installed, wenn das grün gedruckt wird, ist alles gut. Okay. Hier links sehen wir die Konfiguration für das Test-Kitchen. Das ist eigentlich auch relativ übersichtlich. Auch hier wieder ist jetzt im Prinzip als Plattform definiert, dass das Ganze in den Blocker-Container laufen soll. Und bei dieser Driver-Config, das ist Abzeile 36, das untere, wird quasi definiert, welches Image soll dahergenommen werden als Basis und welches Kommando soll da ausgeführt werden. In dem Fall wäre das jetzt der Init-Prozess. Macht man normalerweise nicht in einem Container, in dem Fall ist es aber ganz praktisch. Und man sieht auch da, man kann da beliebige Images nehmen, man kann sich da was Eigenes bauen, wenn man will, man kann die Standardsachen nehmen. Ja, ich würde da immer empfehlen, mit dem Standard anzufangen, weil dann weiß man, dass auch seine komplette Konfiguration funktioniert. In dem Control-Retro werden wir noch ein zweites Verzeichnis haben, das sogenannte Site-Verzeichnis, das ist eigentlich auch so Best Practice, dort legt man quasi seinen eigenen Puppet-Code, den man entwickelt rein, kann sich dann da auch an dieses Rollen- und Profil-Pattern halten, was da auch, sagen wir mal, immer empfohlen wird, würde ich an der Stelle auch machen, und kann aber auch, wie gesagt, einfach eigene Module da reinlegen. Finde ich ganz praktisch, wenn man das nicht zu sehr verteilt, weil man weiß immer, dass, also ohne, dass man dann eine Versionierung oder sowas einführen muss, weiß man immer ganz genau, der Stand, dieser Commit in dem Control-Repo, der funktioniert und er funktioniert auch nicht. Das Puppet-File liegt auch drin, darin definiert man dann quasi alle externen Module, die es gibt, die man benutzen möchte. Würde ich auch empfehlen, da immer die Version vielleicht nicht ganz so arg zu pinnen, aber schon auch zu sagen, was man haben möchte. Das ist einfach nicht so viel, sage ich mal, passiert, ohne dass das durch die CI-Pipeline läuft. Und letztendlich müssen wir jetzt diesen ganzen Puppet-Code dann auch noch irgendwie deployen, also wenn wir den jetzt getestet haben, muss ja noch was damit passieren, der muss auf den Puppet-Server ausgerollt werden. da war jetzt für diese Demo meine Idee, ich könnte es einfach in GitLab-Pages ablegen. Das ist quasi ein eingebauter Web-Server in GitLab. Der Vorteil ist, es ist quasi super einfach zu konfigurieren. Man sieht an der Stelle einfach, ja, Pages wird als eigener Schritt definiert und welche Dateien in diesem Public-Ordner liegen, die werden dann letztendlich veröffentlicht. Nachteil ist, man kann immer nur einen Stand ausbringen. Also ich kann nicht mir so ein Archiv in GitLab anlegen mit allen möglichen versionierten Versionen, die ich jemals gebaut habe, sondern es geht immer nur das Ergebnis von einem CI-Build-Step. Da muss man sich tatsächlich überlegen, wie man das haben will, wie viele Testumgebungen man haben will, ob man so ein Phase-Drollout nachher machen will. Kann man alles abbilden, da gibt es aber noch nichts Cooles, um das so richtig zu automatisieren out of the box. Was man definitiv machen kann, ist diesen Code auf die Puppet-Master zu bringen. Da würde ich dann tatsächlich Ansible für nehmen, weil das ist wirklich so eine einmalige Aktion, die ich zu einem bestimmten Zeitpunkt machen möchte. Da ist so ein Pull-Approach maximal unpraktisch und man kann dann zum Beispiel mit Hammer CLI könnte man dann in Formen diese Umgebung anlegen, den Code importieren und hätte dann im Prinzip bei jedem Host der hängt quasi an einer Puppet-Umgebung und wenn ich das zum Beispiel mir irgendwie schlau durchversioniere, kann ich quasi die Host-Informen einfach umhängen und dann kriegen die neuen Code-Stand zugewiesen. So, jetzt geht es ein bisschen ans Eingemachte. Wir gucken uns den Boot-Prozess an von so einem von einem Gerät, das in der Filiale steht. Wenn das Gerät hochfährt, soll es einen Pixi-Boot machen, also Netzwerk-Boot. Und was da passiert, ist, dass das Gerät ja erstmal einen DHCP-Request gegen den lokalen Router macht, den wir in der Filiale ja irgendwie haben müssen. Das kann, sagen wir mal, vielleicht einer vom Provider sein, gemanagtes Gerät. Da sind wir eigentlich relativ flexibel. Und der Router sagt dann der Netzwerkkarte von der Kasse einmal die IP-Adresse von dem TFTP-Server. Dort würde sich dann die Kasse einen Kernel und eine Indie-Tram-Disk holen, davon starten. Und der Router gibt auch noch einen Dateinamen raus. Und dieser Dateiname, das ist quasi das, was sich die Netzwerkkarte von dem TFTP-Server runterlädt. Normalerweise nutzt man da irgendwie Pixie-Linux oder sowas. Und ab dann geht es in der Regel mit TFTP weiter. Ich weiß nicht, wer sich TFTP schon mal angeguckt hat. Das ist relativ einfach zu verstehen. Da passiert gar nicht so viel Magie. Das ist ja auch das Ziel von dem Protokoll gegenüber dem echten FTP zum Beispiel. Es ist wirklich super trivial, so trivial, dass man das auch einfach in so einer Netzwerkkarte implementieren kann. Der Nachteil ist, dass man halt überhaupt keinerlei Kontrolle hat, ob das auch alles sauber funktioniert. Also TFTP nutzt zum Beispiel UDP, ich habe keine saubere Verbindung. Wenn ich da irgendeinen Wackler im Netzwerk habe, dann klappt das nicht und bleibt das Ganze stehen. Und da einfach die Qualität zu erhöhen, ist mein Vorschlag, dass wir das Ganze in möglichst wenig einsetzen. Also wir gucken quasi, wir laden uns eine Sache abtfdp nach, nämlich dieses IPIXI, was ich eben vorgestellt hatte und ab dann versuchen wir schon HTTP zu nehmen. Was haben wir denn in dem Fall? Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, in so einer Filiale steht ein Cisco-Router, vielleicht vom, wie gesagt, vom Provider irgendwie sogar gemanagt. Wir haben da eigentlich keinen Einfluss drauf und wir können schon gar nicht innerhalb des Deployment-Prozesses da irgendwelche DHCP-Reservierungen oder so für Einzelsysteme anlegen. Ist einfach nicht. Konfiguration in Cisco-Sprech könnte so aussehen und man merkt, die Geräte sind ziemlich dumm. Selbst wenn man wollte und da irgendeine Orchestrierung anbinden wollte, geht es einfach nicht mit den alten iOS-Versionen, keine Chance. Und auch deswegen hilft es einfach, wenn man sagt, man nimmt dieses Gerät als Router, der verteilt halt unter seine IP-Adressen, man aktiviert da den TFTP-Dienst, das funktioniert, legt da genau ein kleines IPIXI-Image auf den Router mit ab, das könnte man zum Beispiel dann per Ansible auf alle Router deployen oder lässt es einem Provider machen und konfiguriert quasi diesen Router so, dass die Pixi-Boots immer als TFTP-Server genau den lokalen Router nutzen. Bei IPIXI gibt es eine Datei, die heißt undionly.kpxe das ist genau dieses kleine Stück Code und das verteilt man dann einfach auf die Geräte. Man sieht jetzt hier auch in der Konfiguration Boot-File, UNDI-Only, Kpixi, das ist genau diese Datei, die gebootet werden soll, der Next-Server ist in dem Fall der TFTP-Server, das wäre halt die lokale IP und der Rest ist, sage ich mal, Standard-Netzwerkeinstellungen, Default-Gateway, DNS-Server und so weiter und so fort. Wenn wir das Ganze so machen, wird es nicht funktionieren. Wir kommen da in so eine Endlosschleife rein, da wir, wenn IPIXI startet, macht er quasi dasselbe nochmal. IPIXI ist im Standard so konfiguriert, ich habe da auch ein Bild zu, vielleicht gucken wir uns das gleich mal an. Die Netzwerkkarte macht einen DHCP-Request gegen den Router, der Router antwortet dann mit booter IPIXI, das war genau die Cisco-Konfiguration, die wir gerade gesehen haben. Die Netzwerkkarte lädt sich IPIXI vom Router runter, startet das Ganze, IPIXI macht wieder einen DHCP-Request, weil IPIXI ja nicht weiß, was es jetzt machen soll, kriegt wieder vom Router die Ansage, hey, lad doch per TFDP IPIXI so und dann lädt IPIXI IPIXI startet wieder neu, dann bin ich wieder in IPIXI, dann geht der Prozess wieder von vorne los und so weiter und so fort. Das muss man irgendwie lösen. Mit einem coolen DHCP-Server könnte man jetzt so Sachen machen wie, hey, wenn der Request von IPIXI kommt, dann lad irgendwas anderes oder sag IPIXI sollen per HTTP was nachladen und so weiter und so fort. Aber unser Cisco-Router kriegt das nicht hin. Kann er nicht. Das heißt, da müssen wir uns irgendwas anderes einfallen lassen und da gibt es auch eine Lösung, die nennt sich ein Embedded Script zu schreiben. Und dieses Embedded Script kann auch wieder beliebiger Code sein. IPIXI hat eine eigene Sprache, quasi eine eigene Konfigurationsdatei, die man benutzen kann und wenn man IPIXI selber übersetzt aus dem Quellcode, kann man quasi diese dieses Skript mit angeben, die Umgebungsvariable und das wird dann mit in das Image eingebaut. Das heißt, die Datei verteilt man wieder auf alle Router. Ich würde empfehlen, die möglichst klein zu halten, dass man nicht bei jeder Änderung oder dass man nicht so oft Änderungen machen muss und die wieder verteilen muss. Und man kann dann hier sogenanntes Chainloading machen. also wir sehen an der Stelle IPIXI ist so konfiguriert, es soll einen DHCP-Request machen, dass es eine IP-Adresse bekommt, eine Netzwerkverbindung hat und ab dann soll es einfach einen HTTP-Request gegen einen Web-Server machen und sich da die weitere Konfiguration holen. Von IPIXI, da gibt es so ein Demoskript, wird glaube ich so ein Menü angezeigt. Ganz nett. Spannend wird das Ganze aber, wenn wir an der Stelle Formen ins Spiel bringen. Formen hat ja eine Templating-Sprache, kennt die Hosts und wir würden jetzt dieses eingebaute Skript so definieren, dass es einfach nur unseren Formen aufruft. Also auch wieder DHCP-Request machen, unseren Formen aufrufen, unter als Parameter noch die MAC-Adresse von der Netzwerkkarte mitgeben, dass Formen auch noch besser identifizieren kann, um welches System geht es eigentlich, welche Konfiguration soll ich dem jetzt unterjubeln. Ich glaube, da hat es ein bisschen verzogen, aber das kriegen wir auch so hin. Formen hat sogenannte Community-Templates, das ist ein GitHub-Repo, dort sind quasi alle, sind so Standard-Templates definiert von der Community, die man benutzen kann zur Konfiguration von seinem System. Und da gibt es einen eigenen IPIXI-Ordner, da gibt es Vorlagen, die wir im Grunde genommen fast eins zu eins nutzen können, das ist also für unseren Anwendungsfall. Es gibt hier eine IPIXI-Datei für Auto-Jast, da steht quasi drin, wie man für Slash den Kernel die Init RAM-Disk per HTTP von Formen nachlädt. Dann gibt es hier dieses Localboot, Default Localboot Template, da steht quasi drin, was soll passieren, wenn der Host nicht in einem Installier-Mich-Status ist. Also einfach, das Ding ist ganz normal im Betrieb. Da steht nur drin, Boot von der Festplatte und höre auf mit dem Netzwerk Boot. Dann gibt es dieses Global Default, das wäre ein Template, was benutzt wird, wenn Formen den Host nicht kennt. Da kann man dann irgendwelche Registrierungsschritte zum Beispiel machen, Formen hat so ein Discovery-Modul, das könnte man an der Stelle antriggern, man kann sich eine E-Mail schicken, hey, da ist irgendein unbekanntes Gerät, versucht zu booten, was man will. Dieses Intermediate-Skript ist quasi das, was wir in dem Fall in unserer Firmware mit reinbauen. Das kann man auch tatsächlich anders aufrufen, also wenn man zum Beispiel erst iPixi hat, Quatsch, erst Pixielinux hat und davon dann iPixi booten will oder solche verketteten Aktionen machen will, dann ist das ganz praktisch so eine Konfiguration noch zu haben und dann gibt es noch zwei weitere Templates, einmal für Kickstart, also für die Red Hat Welt und einmal für Preseat, für die Debian Welt, wo man quasi dann auch, wie der iPixi sagt, startet den Installationsprozess für Red Hat oder Debian basierte Systeme. Genau, das Ganze funktioniert soweit gut, ich habe das auch getestet, problematisch war eigentlich nur, dass ich an der Stelle noch keine Möglichkeit habe zu unterscheiden, will das System ein Legacy BIOS Boot machen, dann muss ich nämlich diese UNDI Only. PXE für iPixi quasi dem Gerät geben oder soll das Gerät schon ein EFI Boot machen und da kann man von ausgehen, in so einer großen Filialwelt wird man auf beides treffen, man wird noch alte Hardware haben, die kann halt nur BIOS, man wird neue Hardware haben, die man per EFI booten möchte, da gibt es tatsächlich noch keine Möglichkeit, das mit den Cisco Routern oder zumindest keine mir bekannte Möglichkeit, sowas mit den Cisco Routern umzusetzen. Das war der schnelle Überflug über die Themen. Wie viel Zeit haben wir denn noch? 10 Minuten für Fragen. Perfekt. So war das geplant. Gibt es zu dem Prozess dann Fragen oder Anmerkungen? Macht das so Sinn? 1 bis ? 3 bis 2 bis 1 bis 1 bis 3 Untertitelung des ZDF, 2020